Was jetzt kommt, weiß keiner. Sie lassen es immer als große Überraschung. Auch für mich im Geheimen. Sie sagen, macht den Vorhang zu, guck nicht hin. Wir kommen dann einfach und wir lassen sie kommen. Sie kommen auch aus Berlin. Sie sind hier keine Unbekannten. Und sie wissen sich und das Thema des Karnevals jedes Jahr besonders toll zu inszenieren. Marise Frey für die Hartpieters aus Berlin. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018